Du, Kersti, du, 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 du. Komm auf meine Schmose, Decke, die ist weich am Haus. Da ist es nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hütteln drauf, wir durven drum, wir sind ja alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Was ist denn mit dir los? Ach so, Katze, du möchtest bestreichelt werden? Mal gucken, wen wir da finden können. Ah, gut, dass du kommst, Bär. Kannst du die Katze streicheln? Oh, ja. Wird dein Arm müde, Bär? Versuch's mal mit dem Andern. Oh, nein, Bär. Ist dein anderer Arm jetzt auch müde? Oh, das ist eine gute Idee. Oh, das ist eine gute Idee. Vielen Dank.